Ja, wir sind jetzt kurz vor Avilliers. Nur eine kleine Situationskümel. Was wir hier sehen, ist eine Escuela Infantil. Wenn ich es richtig sehe, ein Kindergarten. In der perfekten Wohngegend, direkt daneben, ist ein Stromumspannwerk. Da werden die Kinder sich sehr freuen. Ja, überhaupt die ganze Umgebung hier ist ziemlich spannend. Hier haben wir ein Industriegebiet. Und da möchte man doch seine Kinder wirklich mit Freude vorbeischicken. Ja, mir tun die Leute alle leid. Aber was willst du eigentlich machen? Wir schauen jetzt mal, was die Stadt das noch alles erzählt. Wir haben heute einen neuen Mitbürgerrat, den Yoshi. Den haben wir auch kennengelernt. Ach, den kennst du, gell? Ja, den kennen wir und den kennen wir auch, ja. Jetzt laufen wir mal nach Avilliers rein, was da alles auf uns zukommt. Auf Wiedersehen.